Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ein kleines, ich glaube auf Neudeutsch heißt es so was, so ein Lifehack-Video. So eine Kleinigkeit, die ich mir mal gemacht habe und die ich euch jetzt zeigen will. Anlass dieser ganzen Geschichte war, dass ich gesehen habe, dass im Zubehör ein WC-Deckel-Adapter für die Klo-Kassette geben soll, dass es nicht mehr so spritzt. Ihr kennt das, wer eine Soganlage hat, der keine Chemie mehr in die Kassette tut, der kann natürlich auch seine Kassette zu Hause im ganz normalen WC entleeren. Nur da kommt es, ihr wisst es, immer mal zu Spritzereien, die natürlich ungewollt sind. Das ist natürlich... So, und da habe ich jetzt im Fachhandel gesehen eine Lösung mit einem Deckel für den Klositz mit so einem Rohr eingelassen irgendwie. Und soll kosten 70 Euro. Ich verwende schon seit Jahren dieses kleine Konglomerat an HT-Rohren. 75er Durchmesser, weil 75, dann passt auch ganz genau hier, wenn man den Deckel abschraubt, der Ausguss hier in das Rohr. Und das Unterteil passt ins Loch von der WC-Schüssel. Bei uns, ein Tiefspüler, passt das rein. Flachspüler habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, da muss man dann vielleicht nochmal mit einem anderen Knick, dass das Rohr auch dann da reinpasst. Und man dreht es sich halt dann so rum, dass man es bequem ausgießen kann. Es ist wirklich super einfach, super günstig. In jedem Baumarkt kriegt man diese Rohre hier. Das ist ein 30-Grad-Bogen. Ihr könnt auch einen 45-Grad-Bogen nehmen. Je nachdem, wie eure Kloschüssel am Ende geformt ist oder wie es da dazu reinpasst, das kostet ein paar Euro. Also diese Rohrstücke, die kosten wirklich nicht viel. Und, aber wie gesagt, es muss ein 75er Rohr sein, sonst passt der Ausguss da nicht rein. So, haben wir schon wieder 70 Euro gespart und sind happy und versorgen uns das Klo nicht. Und so kann es doch eigentlich weitergehen, oder? Das wollte ich euch nur sagen. Bleibt gesund, ärgert euch nicht über Dinge, die ihr nicht ändern könnt und bis zum nächsten Video. Tschüss!